Hallo, wir sind wieder Nyserscheiser und Leon of Lion und wir spielen jetzt mal Dings, wie heißt das, Feuerboy and Watergirl weiter. Und das jetzt die zweite Episode, nur das eine Problem ist, wir hatten das schon angefangen, aber dann hat es die Aufnahme nicht gespeichert. Und auf dem PC hat das jetzt gespeichert, also müssen wir jetzt alles noch von vorne machen. Deswegen auch nicht wundern, dass jetzt schon hier alles, natürlich alles in A-Plus gemacht ist. Das Beginn, das können wir uns gleich sparen, das ist nämlich das gleiche wie im ersten Teil, deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, oder? Ja. Was Neues ist hier diese Lichtdinger, muss man halt immer das Licht irgendwo hinlegen. Und wir wissen jetzt schon, wie wir die einzelnen Läden machen. Ungefähr, also du weißt es. Und ich habe Sackern. So, okay. Okay, ja, nochmal. Retroepsel am Level, würde ich mal sagen. Warte, jetzt kann ich es wieder. Unglaublich. Ich habe es gerade eingequetscht. Du musst dir jemanden holen. Ja, ich weiß. Oh, hier kann ich nicht durch. Ja, ach nee. Warte. Jetzt soll es gehen. Ja. Ich muss mal auch den Diamanten da oben holen. Wie ging das jetzt nochmal? Ich glaube, du solltest jetzt mal irgendwie... Da rein. Genau das. Achso. Nein! Okay, also jetzt durch. Ich muss da rein, du musst da oben bleiben. Oder so. Wirklich, aber egal. Stimmt. Yay. Juhu, wir sind gut. Bäm, wir sind richtig gut. Okay. Na ja. Oh, episch. Okay, jetzt da lang. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Okay. Wie ging das nochmal? Ich gehe mal da hoch, oder? Achso, ja. Du musst... Genau. Wie du es ja... Achso, weil der... Er macht das Graue, weil ich ihn schon gesammelt habe, denke ich mal. Kies. Was machst du? Ach, warte. Nee, jetzt muss ich wieder zurück. Denke ich mal. Ja. Episch, wie gut du das kannst. Ich hab's natürlich hier... ... alles gekriegt. Verkackt. Du bist so... Äh, jetzt aber. Also... So geht ja. Ey! Genau, sperr mich ein. Ist ja nicht schlimm, wenn ich hier veranke. Was wollen wir eigentlich reden? Du hast es falsch gemacht. Haribo? Ja, genau. Ich finde die Gelben am besten. Ja, toll. Du vielleicht. Warte, ich versuch mal. Ah, geht ja. Perfekt. Ähm, ich glaube, einer soll sich mal da draufstellen. Ja, du musst dich hier draufstellen, damit ich dann den Diamanten holen kann. Ja, ja. Oder ich noch einfach. Ähm, ist mein Diamant. Nein! Ist mein Diamant. Der ist grau. Ja, bockt ja nicht. Yay! Jetzt musst du mich ja rauslassen. Achso. Lassen. Ich glaube, ich kann mich wieder erinnern. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wie höre willst du da oben machen? Achso, ja. Das muss da rein. Ähm, jaja. Mach nochmal auf. Achso. Ja, geht ja. Hey, hey, hey. Muss noch auf. Ey! Verdammte. Ich komme nicht raus. Du bist auch so intelligent. Das ist unglaublich. Naja, gut. Nächster Frage. Ähm. Den Diamanten können wir uns eigentlich ja sparen. Nein, den müssen wir... Du musst den Hebel umgeben. Ja. Den müssen ich ja genauso. Ah, du bist... Nein, wir müssen doch erstmal den Diamanten holen. Das kriegen wir kein A-Raben. Oh, schlimm. Ja, im ersten Dings, in der ersten Aufnahme warst du dafür. Ja, jetzt bin ich halt nicht mehr dafür. Du musst ja nicht. Du musst ja raus. Ja, und wie wäre es, wenn du dich herauslässt? Bände Idee, ne? Wäre so eine Option. Gut, jetzt musst du dich hier wieder draufstellen. Man wartet gespannt. Wieso kannst du denn einsammeln? Weil ich gut bin. Bist du nicht? Na klar, das ist ein grauer, kein blauer. Aber davor war ja blauer. Jetzt kannst du immer noch rum. Du hast eine politische Station. Dann hast du die Arbeit, dann kann ich hier rumgarten. Und sie ist immer noch auf dem Crack. Das finde ich gut. Ja, meine hat Augenmaske oder LSD. Bei mir sind die Augen unterschiedlich groß. Ja, toll. Guck mal meine an. Bei mir guckt die noch irre. Ja. Super. So. Das liegt auch nur an den Sachen, die du ihr verabreichst. Also, die... Ähm, das muss keiner wissen, ja? Oh, geil. Ja, so. Wo lang rechts weiter, oder? Hier? Ja. Wir haben das davor ja einfach alles random gemacht. Ja, warte, was soll ich tun? Ach, nein, das ist kacke. Komm hier hoch. Ah, ja. Wirklich? Ja. Sicher? Nein. Gut, dann nicht. Ähm. Nein. So. Okay. Nein! Doch. Doch. Ist schon richtig so. Nein, das ist nicht. Stimmt, das nicht. Ja, ich schicke dir da eins hinterher. Aber das bringt nichts. Ich weiß. Ja, so wie du wie. Ey, du holst den links-Standstein, gell? Den grauen. Ja, interessiert ja nicht, wer den holt. Der ist ja grau. Ähm, ja, nur das Problem ist, ich komm da nicht hin. Okay, ich hol den. Und übrig ist dein skill, der ist irgendwie nicht wirklich besser geworden. Jetzt geh da runter. Runter gehen von dem Teil. Ja, genau. Und... Du bist unschillig. Ich kann ja schon mal runtergehen, das weiß ich sogar noch. Ich! Hast du den Witz verstanden? Also... Ja... War lustig, ne? Ich versuch das Ding da bitte. Hallo. Was wird das? Ich versuch das Ding da bitte zu holen. Huch zu, ach so. Ich muss ja jetzt hier auf dieses Grüne. Damit ich dann... Bleib, 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 steh, okay. So geht's auch. Ich geh schon mal rein. Juhu, ich... Ich wollte doch sagen, ich geh Vögel. Ja, Vögel mögen wir doch alle. Ja. So Spechte und... Nein, das war irgendwie nichts perverses. Was ist eigentlich dein Lieblingsvogel so? Deiner, ne? Ähm... Weil wir wissen ja alle, dass du einen Vogel hast. Ja. Und so. Oh, geil. Ah, welches jetzt? Das da. Das da runter. Links. Das da genau. Oh, die Idee. Oh, hier müssen wir schnell sein. Jetzt gibt es hier nicht mehr diese grünen Dinger. Jetzt sind sie schwar. Schwarz. Ja, wieso? Also grün ist schwarz quasi. Ja, grün ist das neue Schwarz. Probiert sich aus. Das ist einfach der neueste Modeltrend. Muss man haben. Oh, jetzt kriegen wir wegen dir nicht Ding ins A. Wieso? Genau so schnell wie vorher. Nein, eine Sekunde später. Verdammt. Ja, alles deine Schuld. Äh, welches? Mach irgendwo hin. Kein Start. Oh, schon wieder? Shit. Juhu. Wir werden wegen dir kein A bekommen. Nein, wegen dir. Nein. Nein, wegen dir. Nein. Ich sag's dir, wegen dir. Nein. Ey, du bist... Ja. Counter, würde ich mal sagen. Ja, der kommt hier mit. Der bleibt ja jetzt auch wieder. Ich hatte mir irgendwas überlegt, was wir für den Counter tun können, aber ich hab's vergessen. Lassen wir den im alten Zählerstand? Ja, also ich würd sagen, wir machen einmal quasi den von jetzt und am Ende zeigen wir mal den neuen Start. Ich hab so das Gefühl, ich bin besser diesmal. Ich weiß gar nicht, wie's letztes Mal war, aber ich hab irgendwie 20 zu irgendwas verloren. 20 zu 18 oder 20 zu 14 um. Ja, das gibt's doch nicht. Also machen wir dann zwei Counter, oder was? Ja, also nein. Also... 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 Also guck einmal. Also es läuft jetzt quasi nur der von diesem Mal, sozusagen. Ach so, und am Ende zeigt man dann... Sieht man dann so... So addieren oder so. Ja, keine Ahnung. So wird's halt... Juhu! Unglaublich. Warte. Das hatten wir noch nicht auf Eis, ja, ne? Wir gehen hier lang. Hier. Machen wir das dann? Nein. Doch. Okay, dann machen wir. Ähm, nein. Ach man, kein Schöner. Juhu, ich darf hier. Ach, das weiß ich noch. Kennst du den noch? Da musst du durch. Nein, das hab ich mir fast gedacht. Nein, hast du nicht. Das musst du ja erst mal. Warte. Also erst mal... Ey, ey. Ich war zu langsam. Ja, ja. Nee, mach mit vorne. Ich kann dir jetzt nicht mehr holen. Okay, ähm. Ah, ich will mich auch holen. Tritrilöffel. Löffel. 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 Sowas halt. Ich warte einfach, dann kannst du den Diamanten holen. Eigentlich müssen ja denn die grünen Diamanten ausschauen. Ich schieb mal den Pfeil oben da. Ja, du musst ja erst da hoch springen und den Diamanten holen. Da so hoch. Die müssen kommen aber nicht hoch. Ja, gut. Bäh. Jetzt spring. Du bist immer noch ein Fisch. Ich schaff's nicht. Ey. Ja. Wie schön. Ich hab nix getan. Jetzt musst du da runter, ja? Jetzt musst du den Stein da hoch runter schieben, oder? Da hoch runter, genau. Du musst den Stein da hoch runter schieben. Das passt schon. Warte. Nein. Okay, verkackt. Stimmt. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal von vorne. Mach das nicht Spaß. Mach doch mal Rechtsklick, sonst hast du nichts zu tun. Hab ich auch nicht. Ne. Ich bin mal gespannt, wer alles auf mich guckt, also auf Fireboy oder auf Watergirls. Ich bin ja so sexy, also da guckt jeder auf mich. Genau. Würde ich mal sagen. Ich würde es wirklich mal wissen, sollten die Zuschauer mal in die Kommentare schreiben, wer auch noch was guckt. Die tollreichen Zuschauer. Also, jetzt nehmen wir das gerade auf, da hat unser erstes Video, wie viele auch wissen? Sieben. Sieben Aufrufe. Also sieben. Eine YouTube-Legende, kann man nicht anders sagen. Ja, wir haben ein Abonnenten. Also besser geht's nicht, oder? Einfach legendär, würde ich mal sagen. Juhu. Ja, hatten wir aber davor schon, glaube ich. Dann gehst du jetzt da hoch, wenn wir das hier zuerst machen? Warte, jetzt hier lang, oder? Dann gehen wir da. Ja. Also hier, supi. Ach, dieses Ding. Yay. Ganz klar. Passt dich auch, so wie ich? Ja. Gar nicht. Na gut, also gut. Okay. Gesundheit, ne? Ja. Du musst mich jetzt hier hochlassen. Also du musst jetzt, ähm, irgendeinen Hebel drücken. Na hoch. Ja, den Liebern. Wie ging das denn nochmal? Ich weiß, dass es fies war, aber ich weiß nicht, es war die fies. Ich mach das jetzt gerade mal hier schnell mit dem Ding. Ja, kannst du machen. Aber wie wärs eigentlich, Ma? Nein! Wenn du es jetzt erst mal verkackt hast? Shit. Das finde ich richtig gut von dir. Was denn? Dass du es jetzt verkackt hast, oder? Nein! Nur du hast es verkackt. Das hast du... Lass mich runter! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Ja, sagst du! Du! Was hast du gegen Sachsen? Ähm. Viel. Hey! Schau zu. Nein! Okay, du musst mich erst mal... Nein, mach's nicht! Doch! Tu's nicht! Ich bin schlau. Hier spring hoch! Oh, Lägenleer. Ach stimmt, du bist ja immer noch fit! Stimmt ja! 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 Komm, ich brauch den Diamanten! Stell dich so hin, genau! Trotzdem Diamanten! Bam! Okay, jetzt Diamanten holen! Doch! Du doch! Ja, wie denn alleine? Stimmt, du bist ja alle unfähig! Ja, nicht so unfähig! Und wie soll ich das machen? Das taucht mal schwerer als ich! Fockt ja nicht! Oh geil, wir sind gleich schwer! Ach! Wie super! Ja, toll, ne? Ja. Haha! Ah! Ah! Ich hätte jetzt eigentlich dieses Teil nicht runter machen müssen! Also ich denke mal, wir haben sie... sie... also... Wir waren nicht... Rang Y noch davor! Ne, Rang X schaffen wir noch! Rang X sollte drin sein! Ja! Also Rang X sollte sogar für uns möglich sein! Also vorher... Rang A! Im ersten hatten wir ja noch nie... ähm... Glockenlose! Tja! It ist nicht so, wie das so, wie das ist? Halt einen Teil für mich! Ich habe jetzt um witcheses... Wenn Sie nicht hier... ... Halt einen Teil für mich! Ich habe ihn schon mal ein bisschen! Halt mich.